Ich habe uns geerbt. Gleich nachher. Ja, einen Moment. Vermache ich meiner Nichte Lisa Simshofer, meinen Erbhof mütterlicherseits, den Wiesenhof in Meierhofen sowie den Grambacher Forst nahe Meierhofen. Das gibt's doch nicht. Tut mir leid, Herr Forster. Ja, Forst Anwärter, ich bin der Kepler Simon. Und ich bin die Lisa Simshofer, Entschuldigung. Ah, dann bist du die Tochter vom Leo Simshofer. Ja, von den Brandstiften. Komm. Das ist das Zillerteil. Wahnsinn. Entschuldigung, Simon. Jetzt brauchst du nicht mehr zu flüstern. Die Rehe sind längst weg. Glaubst du, mir ist nicht aufgefallen, wie sehr du dich für Simon interessierst? Simon ist ein netter Kerl. Allerdings. Aber er ist mein netter Kerl. Also lass deine Finger von Simon, sonst lernst du mich kennen. Ja, ich helfe dir noch beim Abräumen. Nein, 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 lass mal. Ich mache das schon. Ja, du hast damals schon von noch einem Mann geredet. Aber wir hielten das alle für ein Hirn gespitzt. Aber das war es nicht, Margaret. Wirklich, da ist jemand gewesen. Herr Pfarrer, Gott sei Dank. Ja, was schießt denn? Ah, jetzt kann ich Ihre Hilfe wirklich dringend brauchen. Kennen Sie einen Toni Schober? Ja, natürlich kenne ich den. Sorg du dafür, dass ich mein Sportresor am Grambacher Forst bauen kann. Alles andere ist mir scheißegal. Was soll ich denn da noch machen? Mach's einfach wie vor 22 Jahren. Was soll ich denn da noch machen? Das war es nicht.